Anciht in 2006, um die Ruine des Castilles in ein Theater zu transformieren. Giovanni Netzer hat die neue Wette an den Wettbewerb der historischen Stadt in Witz. Er ist in der Gigantischen Stahl in der Kirche. Der Wettbewerb hat die Produktion der Patrie, und für den Wettbewerb wird Netzer als neue Fundation Origin, der Prämivac in der Sonne. Der Motiv, der Fafiasta, ist die nächste Idee. Der Motiv, der Wettbewerb hat die Leuven und Molenz von der Kadenze. In der Gade, Giovanni Netzer spricht optimistisch, was sie für die Idee und die Realität zu transformieren. Die Situation mit dem Molenz in Wettbewerb, kann sich nicht so entfernen, sondern es gibt einen großen Potenzial der Kultur-Historik-Kultur-Zentrale. Der Engagement ist in diesem Jahr. Für die Persuasion ist es wichtig. Wir haben sehr viel Respekt für dieses Projekt, weil die Kabel überprüftet all die Dimensionen dieses Projekts, die unsere Bruder realisieren werden. Spindrall Löwen montiert in einem Hotel in Molenz. Der Projekt kommt in der Sperrindustrie im Hotel, nämlich auch im Büro der Wiede und im Museum. Außerdem wird der Wettbewerb der Wettbewerb der Finanzierung in der Maracke finanziellen Kurs. Die Summe hat gesagt, dass wir unsere Projekte evaluieren aufgrund der Perskrutationsdiensteuerfahrung in der Substanz. In den letzten Jahren gibt es nur 10 Millionen Nirol. Die Evaluationsdiensteuer sind schon ein Pivot, der drei Architekten, John Lovroco, und in den letzten Jahren haben wir eine Masse. Die Soldaten der Premiwäcker sind in der Ville-Karische in Rijon. die klatschen sind in den letzten Jahren in den Ville, Die Klatsch und die Nachsch specially verbar. Die Klatsch und die Klatsch. Untertitelung des ZDF, 2020